Hallo und herzlich willkommen hier zur Filmkritik beim Tele-Stammtisch. Und heute, da geht es um was Feuchtes, heute geht es um Wasser, heute geht es um The Shape of Water. Und das ist das erste Mal, dass ich hier einen Gast bei uns bei der Filmkritik begrüßen kann. Moin Matze. Hallo. Der Matze, das ist jemand, der macht ein Projekt im Netz, das ich kennengelernt habe als Matzes Kinowoche. Und das sind mal extrem fluffige Filmkritiken. Vielleicht magst du uns deine Kinowoche mal kurz vorstellen. Was ist das denn? Ja, das ist einfach nur ein Podcast, wie das halt so ist bei uns in der Filterbubble. Läuft unter dem Banner, sag ich mal, der Velle Nerdpool, wo wir unsere Themencast machen. Und ja, dadurch, dass ich nun mal sehr häufig im Kino bin und auch Pressevorführung besuche, hatte ich irgendwann mal das Bedürfnis, das Ganze auch in Audioform zu gießen. Und daraus ist dann die Kinowoche entstanden. Und ja, einmal in der Woche dann die, so gut wie es geht, die aktuellen Starts besprechen. Das, was ich dann vielleicht in der Woche vorher verpasst habe. Ja, und das seit nunmehr fast 100 Folgen. Klasse, also das große Jubiläum steht an. Magst du uns schon verraten, was für das Special geplant ist? Ähm, ich, also es will, es will, ich habe ja jede zehnte Folge, habe ich so ein bisschen ein Metathema. Ähm, das mit Gästen und für die Hörer zur Folge habe ich mir halt was, was sehr, sehr Feines ausgedacht. Mit unfassbar vielen Gastbeiträgen und, äh, ja, und, ähm, es war eine sehr lustige Aufnahme. Das kann ich schon mal sagen. Und, äh, allzu viel Spoilen möchte ich aber noch nicht, weil, ich habe mir selbst auf die Schulter geklopft, als mir die Idee gekommen ist. Oh, ich, ich, ich freue mich auf, äh, auf das Feedback. Ich bin sehr gespannt. Ja, mega, also Leute, hört auf jeden Fall mal rein. Der Mann hat echt Ahnung, der tut nicht nur so, wie manch anderer hier, sondern hat durchaus Plan von den Filmen, die er da geguckt hat. Und er kriegt immer einfach ganz tolle Zusammenhänge erzählt. Das ist auch sehr kompakt, man muss sich hier keine, nicht wie bei uns, stundenlang über, äh, Star Wars unterhalten, sondern man kriegt da so einen kompakten Eindruck. Also ich kann dich wirklich sehr empfehlen, hört da auf jeden Fall mal rein. Ja, für die längeren Casts bin ich immer noch woanders zu Gast. Oh, hallo. Oh, hallo heißt der Podcast? Nein, 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 das war jetzt einfach nur so, weil ich, äh, weil ich hier zu Gast bin. Und ich bin sehr gespannt, wie lange, wie lange das jetzt wird hier. Ähm, ja, wir halten uns gewohnt kurz und, ähm, heute, da geht es, soll es um diesen Film gehen, The Shape of Water, beziehungsweise ohne The, ich glaube nur Shape of Water, und trägt den fantastischen deutschen Untertitel Das Flüstern des Wassers. Kommt am 15. Februar 2018 in den deutschen Kinos. Und, ähm, hat für ordentlich Wellen, hat ordentlich Wellen geschlagen. Werkste? Werkste? Ja, mal, ziehen wir das wirklich durch mit den ganzen, mit den ganzen Pants? Nee, aber fand ich es trotzdem lustig. Ist in Ordnung. Ähm, ja, ähm, der, der Film war jetzt schon auf dem einen oder anderen auch Filmfestivals zu sehen. Vielleicht sollten wir kurz mal die Handlung zusammenfassen. Ähm, magst du das übernehmen? Äh, ja, gerne. Ähm, die Handlung, äh, Shape of Water, es geht um eine, ähm, ähm, ja, jetzt habe ich nur das Englische von dem Kopf, Janitor. Ähm. Ähm, Reinigungskraft. Ja, Reinigungskraft in einem, äh, geheimen Forschungslabor der Regierung, so zumindest sieht das alles aus, ähm, gespielt von Sally Hawkins. Ähm, die Dame heißt Elisa, äh, Elisa und, ähm, was halt bei ihr durchaus, ähm, wichtig ist, ist, sie ist stumm. Ähm, und, ähm, ja, die zusammen mit ihrer Freundin Zelda, gespielt von Octavia Spencer, sind die da halt am Putzen und, ähm, eines Tages kommt ein, äh, ja, ein, wird ein, ein Wesen eingeliefert, was untersucht werden soll. Ähm, das Wesen bringt mir den richtigen Namen, ähm, allerdings, da schon mal das Erste, wo ich das gehört habe, ist mein Herz ein bisschen aufgegangen, ähm, es wird verkörpert von Doug Jones, den ich, äh, aus den Hellboy-Filmen absolut lieben gelernt habe, der auch das einzig Gute an diesem grauenhaften Bye-Bye-Man war, ähm, und, äh, nicht nur dieser, 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 dieses Wasserwesen wird da angeliefert, sondern auch ein neuer, äh, ja, Sicherheitschef, sozusagen, Richard Strickland, gespielt von Michael Shannon. Und, ähm, Elisa ist von diesem Wasserwesen doch sehr, ja, fasziniert und irgendwie kommen die sich näher. Ja, und, ähm, ja, das sollte es, glaube ich, erstmal gewesen sein, weil ich finde, auch wenn es relativ klar ist, in welche Richtung der Film geht, ähm, fand ich doch die, die Richtung, die der Film eingeschlagen hat, immer sehr, sehr spannend und interessant. Ja, ähm, ist, ähm, das ist, ähm, so eine recht geradlinige Story, würde ich auch sagen. Also so, dass du quasi, wie du schon sagst, so ein bisschen was, wer sich im Genre auskennt und so eine gewisse Erwartungshaltung, da wird durchaus befriedigt, würde ich jetzt mal sagen, mit der Handlung. Da ist jetzt nichts dabei, ähm, also wird nicht plötzlich ein mittelalter Fantasy-Film, äh, Fantasy-Fest, das ist schon, ähm, erwartbar. Ja, was man auch, was der Trailer auch verspricht, kann man sagen, ist auch ziemlich genau das, was man auch den ganzen Film über erwarten kann. Ja, das ist, ist halt, ähm, kein, ähm, ich finde, der Toro hat, außer vielleicht bei Pans Labyrinth, halt, bisher immer sehr geradlinige Filme gemacht. Also, und das, äh, das kommt da auch, also ist Shape of Water auch wieder. Genau, ähm, kommt hier mit, äh, knapp über zwei Stunden eben auch in die Kinos und, ähm, ist, äh, an keinster Stelle, also noch eine Stelle gab's, die fand ich jetzt ein bisschen, da könnte ich sagen, es war eine gewisse Länge drin, aber insgesamt, finde ich, hat er ein schönes Erzähltempo. Also, ähm, gibt es es nie, es gibt, ähm, ja, wir können ja vielleicht noch ein bisschen, bevor man, ich will jetzt hier nicht zu sehr spoilern, da gehen wir vielleicht später nochmal auf einzelne Punkte ein. Und vor allem müssen wir uns auch natürlich mal über den Cast unterhalten, der hier, ähm, ja auch nicht zu Unrecht einige Nominierungen und auch teilweise schon Auszeichnungen jetzt hier in der Awards-Season bekommen hat. Mhm. Ähm, ähm, also bei den Globes hat er ja durchaus was abgekriegt und jetzt eben auch aktuell dann Nominierungen für die Oscars. 13 Stück ist halt, äh, ich bin gespannt, ob er davon was mitnimmt, weil, äh, das, äh, ich finde die Oscars dieses Jahr unfassbar stark umkämpft. Mhm. Also, ich bin sehr gespannt auf die, auf die Preise. Und der stritt eben auch gegen wirklich krasse Konkurrenten, dann, also, mein, einer meiner Lieblingsfilme dieses Jahr, beziehungsweise eigentlich ja letzten Jahr, wo ich ja letztes Jahr gesehen habe, ist eben auch dieser Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Und, ähm, ich finde, er hat so einen starken Konkurrenten, der auch wirklich viel richtig und viel gut gemacht hat. Und wenn nicht sogar alles gefühlt, also, es ist schon, es ist schon ein ganz, ganz starkes Stück Kino. Und da ist hier also, wenn man so will, ähm, einer von, von der Hauptcharakterin, also, wenn nicht gerade der Hauptcharakter selbst, ist eben, ähm, diese, ähm, von Sally Hawkins gespielte Elijah Esposito, heißt die gute Frau. Und, ähm, das muss man uns halt ja wissen, also, sie ist stumm. Das ist, glaube ich, ähm, das, was, ähm, auch sofort auffällt. Sie spricht also natürlich dann zwangsläufig auch den kompletten Film über kein Wort. Ähm, warum das so ist, gut, das ist eigentlich eher ein trauriger Grund, warum das so ist, das müssen wir gar nicht groß verraten. Aber Fakt ist halt, sie ist stumm und das wiederum, ähm, gibt dem Film natürlich eine interessante Facette und ist natürlich auch eine Herausforderung für eine Schauspielerin, wenn du versuchen musst, die kompletten Emotionen halt wirklich ohne Sprache darzustellen. Ja, stimmt. Aber Sally Hawkins ist halt, äh, ich hab die Frau unfassbar ins Herz geschlossen, spätestens mit den beiden Paddington-Filmen. Und, äh, die, die rockt das richtig runter. Also, äh, es gibt ja diese, diese eine Szene mit ihrem Nachbarn, Giles, ähm, und ich, ich, äh, wo sie halt so eine Art Streitgespräch haben und wie Sally Hawkins da am, äh, Gebärden ist, das ist unfassbar. Also, das ist wirklich ganz, 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 ganz großes Schauspielkino, was die Dame da abliefert, das ist echt fett. Das ist krass, wie sie mit dieser, mit der Miralgestik Wut darstellt, ne? Das ist wirklich, wie du sagst, Streitgespräch, das ist wirklich gut und glaubhaft auch, ähm, beeindruckend. Ja. Ähm. Und ich bin ja aber auch immer noch großer Fan von Michael Shannon in dem Film. Ja, äh, natürlich, also, ähm, insgeheim bin ich ja kleiner Superhelden-Fan, deswegen ist bei Michael Shannon durchaus ein Begriff. Ähm, was hätte, also, was, was an seiner Performance hat dir denn gefallen? Naja, also, äh, ich möchte jetzt erstmal sagen, dass seine Rolle nicht unbedingt einen Anspruch hat. Er ist halt ein bisschen schwierig, da jetzt genauer reinzugehen. Also, Michael Shannon ist einfach der Antagonist. So, er ist derjenige, der, ähm, der halt das Tier, das Wesen, was auch immer jetzt das, äh, Wasser-Ding da ist, ähm, der es quält mit, äh, Elektroschocks und so weiter und so fort. Und, äh, der auch einfach zu seinem Umfeld einfach ein mega Arsch ist. Und, äh, ich find's sehr, sehr spannend, wie der Film, ähm, eine Dualität aufbaut zwischen, halt, Strickland und einem Forscher, der mehr ist, als es am Anfang scheint. Man muss auch dazu sagen, ist, der Film spielt nicht in der Gegenwart, sondern zur Zeit des Kalten Krieges. Was durchaus, ähm, was durchaus von Bedeutung ist, an manchen Stellen. Und, ähm, ich find's halt unfassbar spannend, wie Shannon immer weiter, immer weiter in den Wahnsinn abdriftet. Aber, dass, ähm, auch Gründe hat einfach. Das ist halt so das Interessante. Und, ähm, der Strickland ist eine dankbare Figur für jemanden, der einen irren Blick hat. Aber, da steckt noch so viel mehr dahinter. Und, das kam einfach sehr, sehr gut rüber. Und, das fand ich halt so geil an ihm. Fandest du denn, dass seine Motivation angemessen dargestellt worden ist? Also, gerade, warum er das macht? Also, speziell eben, er hat so ein bisschen ja auch einen inneren Drang, seine Ziele zu erfüllen, welche auch immer das sein mögen. Findest du, dass diese Motivation gut dargestellt ist oder überhaupt rauskommt? Ja, vor allen Dingen, ähm, in einem Gespräch gegen Ende des Films im letzten, im letzten Drittel, ähm, finde ich, hat, ist es halt sehr, sehr deutlich geworden, was, ähm, was ihn antreibt. Und, ähm, es, wie gesagt, diese Dualität zu dem Wissenschaftler, äh, das kann man ja ruhig mal sagen, ähm, die Figur von Strickland ist halt, wirft irgendwann alle moralischen Bedenken über Bord. Und, ab da geht's halt nur noch bergab und das ist halt das, äh, weil, weil er sich beweisen möchte, weil er Anerkennung möchte. Und, das ist halt das Interessante. Ja, also, er ist so ein bisschen, ähm, er ist ein Teil der Militärstruktur eben auch, die da in diesem, ähm, in diesem Geheimlabor, wo dann verschiedenste Sachen sind, da ist also nicht nur das aus dem Trailer bekannte Monster, da sind auch, da wird wahrscheinlich auch Technik getestet oder eben geforscht, experimentiert. Also, es geht so generell um, es sind Forschungsentwicklungslabor, das aber eben von, ja, äh, Kalter Krieg eben, ich glaube, ich hab was gelesen, der Film spielt circa 1963, also ungefähr so die Zeit, muss man das einordnen. Und, ähm, er ist eben Teil dieser, dieser Struktur, hat er natürlich nicht nur eine Befehlsgewalt über einzelne Leute, sondern eben auch selbst wiederum Leute, die ihn da ganz genau begutachten und natürlich auch Ergebnisse sehen wollen. Und, ja, und das ist aber auch, dass er sein, 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 sieht man ja auch in einer sehr frühen Szene, sein, ich sag mal, sein gebieterischen Trieb ja nicht nur bei der Arbeit auslebt. Eine sehr eklige Szene, aber, mein Gott. Ja, und durchaus auch, äh, sagen wir mal, mit dem, also, das Frauenbild der damaligen Zeit porträtiert und auch thematisiert, ähm, gibt eigentlich keinen geileren als ihn, ne? Das ist, das ist nämlich das, das unfassbar Interessante, dass, ähm, die, die Männerfiguren in, also vor allen Dingen Shannon oder halt dieses, dieses ganze typische Patriarchat unfassbar ätzend ist und du hast dann aber Figuren wie Elisa, die nur mal stumm ist. Wir haben, ähm, mit, ähm, Zelda von Octavia Spencer halt gespielt, eine farbige dabei und, äh, wir haben Giles, den Nachbar, der halt sehr offensichtlich schwul ist. Und, ähm, die versuchen halt, alle drei, alle diese Figuren versuchen halt, in der Welt, in der sie leben, irgendwie klarzukommen oder sich anzupassen an die normalen gesellschaftlichen Strukturen. Und, ähm, daran scheitern sie, vor allem Giles ist halt, der, äh, geht daran fast zugrunde. Und ab dem Moment, wo sie sagen, nein, wir nehmen das nicht hin, sondern wir möchten jetzt dieses Anderssein, äh, das möchten wir jetzt einfach, ab da blühen ja die Figuren erst so richtig auf. Und, äh, das ist, fand ich ein unfassbar spannendes Thema und erstaunlich aktuell. Ja, da sie jeweils dann ja auch, ähm, wie du sie jetzt eigentlich auch alle genannt hattest, ja quasi auch Minderheiten repräsentieren, beziehungsweise unterdrückte Minderheiten in irgendeinem Zusammenhang, eben, äh, keine Ahnung, Homosexualität, ähm, eine andere Hautfarbe oder eben auch, dass sie halt stumm sind und damit dann ein Stück weit ja eben auch eine Behinderung haben, ähm, dann sind sie natürlich immer, also es ist auch ein Aufbäumen der Minderheiten dann, äh, ein Stück weit Thema im Film. Ähm, genau, dann wird der Cast noch abgerundet, ich weiß nicht, einen würde ich eigentlich nur erwähnen, weil ich ihn halt bei damals bei Stargate Atlantis so cool fand, David, äh, Hewlett spielt hier einen, ähm, ja, Professor und einen Doktor namens Flemming, ähm, hat da auch eine etwas größere Rolle. Ah, der, da erkannte ich den tatsächlich. Und den Dings, den, äh, Doug Jones, der das Amphibien, ähm, Wesen spielt, dessen Gesicht man es nie sieht, also er ist konsequent, äh, in diesen Masken, in dieser Maske zu sehen, ähm, den kennt man vor allem, aber auch da kennt man sein Gesicht nicht. Nicht aktuell bei Star Trek Discovery, da hat er auch eine wichtige tragende Rolle. Ach schon, ja, ich, ich mag den, wie gesagt, ich mag den unfassbar gerne, also, ähm, ich hatte ja, also, ich hatte, als ich den ersten Mal den Trailer zu Shape of Water gesehen hat, hatte ich ein bisschen das Gefühl, äh, kriegen wir jetzt hier das Prequel zu Hellboy 1. Ja. Weil, ähm, das Wesen sieht halt aus wie Ape Sapien und, ähm, den hat Doug Jones halt auch schon gespielt und das halt auch kongenial, also, ähm, der Mann kann unter der Maske unfassbar viel. Also, das ist dann der Stab, wir haben natürlich noch eine ganze Menge andere Leute dabei, aber ich würde sagen, das sind so die wichtigsten, würde ich jetzt mal unterstellen, das sind diejenigen, die man braucht, um so ein, äh, ja, um so ein Bild machen zu können. Und, ähm, meine erste Reaktion war, als ich aus dem Kino rauskam, Mensch, was ein geiles Märchen, ähm, weil es wirklich, ähm, gut, wir haben ein Monster, ja, Monster haben wir bei Märchen auch oft, wir haben auch so ein ganz dunkles, also, es ist ja ein, ein, ein generell, ist kein heller Film, ganz im Gegenteil, es spielt viel bei Nacht, es regnet viel, ähm, Wasser generell spielt, äh, in vielen Sets eine große, wichtige Rolle, ähm, und er ist aber auch so ein bisschen romantisch verklärt an vielen Stellen. Und, ähm, so war mein erster Eindruck, Mensch, eigentlich klasse Märchen, ähm, ist das eine Sache, die du auch so, die du nachvollziehen würdest und auch so siehst? Ja, also, ich hab, ähm, ganz, ganz starke Pantsliberin-Vibes bekommen, was ja auch ein sehr, sehr grausames Märchen ist in dem Sinne, ähm, und auch wenn die Farbpalette eher düster ist, vor allen Dingen, ich find halt, das Labor, obwohl es sehr sauber ist, wirkt irgendwie immer so ein bisschen dreckig, ähm, aber es ist halt nie, irgendwie jetzt so, so depressiv irgendwie von der Stimmung her, sondern es ist immer sehr leicht, sehr locker und, ähm, vor allen Dingen durch den fantastischen Soundtrack, ähm, und, ja, das, das fügt, das fügt halt zu diesem, zu diesem leichten Märchenhaften sich einfach sehr, sehr gut zusammen. Ich hatte irgendwann mal gelesen, es ist im Grunde genommen, als ob man Bioshock mit Amelie gekreuzt hätte und, äh, ich find, das beschreibt das eigentlich ganz gut. Aber wirklich, ja. Gerade die Hauptdarsteller, ja, das ist ein sehr guter Vergleich sogar. Ähm, generell finde ich die, ähm, Settings auch erwähnenswert, also Sets und eben auch Kostüme, ähm, die Zeit ist sehr gut eingefangen, wir haben also, also die beiden wichtigsten Sets, da denke ich, verrät man noch nicht zu viel, sind natürlich eben dieses Labor. Ähm, da gibt's, das gibt, überall gibt's Schrauben, überall gibt's große Räder an Wänden, durch die wahrscheinlich, also wahrscheinlich an Gasleitungen, die gedreht werden können, ähm, alles sehr kalt. und rough, also es gefällt mir irgendwie saugut. Und dann eben natürlich auch noch die, auch schon glaube ich aus dem Trailer bekannte Wohnung von der Protagonistin, die natürlich voller, das Sofa ist einfach geil, das ist zeitgemäß, die Stühle, generell das Interieur auch von der Wohnung ihres Nachbarn, gefällt mir auch großartig und will ich positiv erwähnt wissen. Das ist halt auch das, was letzten Endes ja hier seinen vorherigen Crimson Peak noch so ein bisschen rausgerettet hat, war einfach das Product Design. Also das kann der Toro einfach, beziehungsweise wenn der Toro einen Film macht, dann sehen die mega gut aus. Und eine Sache, die ich relativ wichtig finde, noch mal zu erwähnen, vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum er bei den Oscars so häufig nominiert war, er ist sehr nostalgisch. Also wenn ich an die Szenen denke, wenn Elisa und Jai jetzt zusammen Fernsehen gucken und anfangen zu steppen, es ist schon ein bisschen nicht merkwürdig, weil es passt zu den Figuren, aber irgendwie komisch doch in dem Sinne. Ja, ist halt aber auch gleichzeitig sehr liebenswürdig. Sie hat jetzt Tanzen, es gibt eine Szene, da tanzt sie sich über den Flur in ihre Wohnung und freut sich, dass sie leben da. Und eigentlich, die sind die Hauptdarsteller, also Elisa ist so von im Grund auf, ist die eigentlich ganz zufrieden mit ihrem einfachen kleinen Leben, dass natürlich von ihrem Alltag vor allem bestimmt wird und wie ihren Alltag lernen wir kennen. und wir wissen, wie viel Zeit sie zum Baden und Duschen braucht und was sie dann trotzdem so in der Badewanne macht. Die Eier, die Eier. Ja, genau. Aber das ist eine glückliche Frau, die mit ihrem Leben, das sicherlich nicht sondern nicht ausschweifend ist, trotzdem sehr zufrieden ist und da dann ja auch, ja so ein bisschen vielleicht auch das Abenteuer sucht in der Bekanntschaft zu diesem Amphibienwesen. Genau. Dann gibt es es gibt verschiedene Szenen, die ich jetzt, also die will ich jetzt nicht so spoilern, aber es gibt durchaus Szenen, die sich vom gesamt restlichen Film abheben, einfach durch ihre optische Darstellung. Ja, und die sind teilweise ein bisschen das ist, das ist merkwürdig. Auch wenn wir jetzt vielleicht, nennen wir sie mal Traum-Szenen, das sind keine Traum-Szenen, aber nennen wir sie mal Traum-Szenen, haben die da fallen mir zwei ein, eine eher so gegen Ende und eine eher so noch so, vielleicht am Anfang des zweiten Drittels. Haben die dich rausgerissen oder findest du, dass die sich stimmig einfügen ins Bild? Ich muss gar mal die zweite überlegen, weil das eine, sag ich einfach nur weißes Kleid, das sollte ja eigentlich klar sein dabei. Ja, ja. Die fand ich eigentlich sehr, sehr passend, einfach um eine Innensicht der Figur mal zu bekommen. Die zweite fällt mir gerade einfach nicht ein, aber ich fand's halt, ähm, ja, also es hat mich nicht rausgerissen, sondern es hatte halt diese ganzen, dieses ganze Fantasy-mäßige, Märchenhafte durchaus klug weitergestrickt. Also es hat einfach gepasst. Ja, das war genau, diese Szene, die du jetzt meinst, die würde ich als die zweite Szene bezeichnen. Und ich finde, die hat auch einen ganz tollen Effekt, weil sie, ähm, die hinterfragt so ein bisschen auch dieses Monster. Also ich sag jetzt Monster, aber es ist ja eher Amphibienwesen. Ähm, und zwar habe ich mich gefragt, dieses, also nennen wir es mal Wesen. Ich will nicht sagen, ob Tier oder was anderes oder was auch immer es ist, nennen wir es mal Wesen. Ich frage mich immer, wie intelligent ist dieses Wesen? Es hat ja nun wirklich auch sehr animalische Triebe und gibt diesen auch mal nach. Es ist andererseits aber auch sehr einfühlsam und scheint auch lernfähig zu sein. Es ist sogar in der Lage zu kommunizieren und auch noch weitere Dinge zu tun. Ich habe bis zum Schluss nicht verstanden. Ja, wie smart ist dieses Wesen eigentlich? Naja, aber musst du das unbedingt verstehen? Weil ich fand, das war jetzt nicht unbedingt wichtig für die, die Geschichte, sondern es geht ja vor allen Dingen darum, wie, es geht ja um Gefühlswelten. Das ist ja eher das, was wichtig ist. Und es wird ja auch gesagt, dass, äh, dass es im Amazonas einfach als Gott auch angesehen wurde. Und ja, also es hat halt animalische Züge, aber mein Gott, es haben die Menschen nun mal auch. Das stimmt. Und das ist halt, da ist halt die Frage auch wieder, es ist sehr, sehr fies, was da so passiert. Aber, äh, ich sag's mal so, es gibt Menschen in dem Film, die sind schlimmer. Ja, durchaus. Ähm, sehr viel schlimmer sogar. Ähm, wer... Ah, ich muss, ich muss nur an die, äh, 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 an die Wange. Boah. Ja, ja, ja. Oh Gott. Ja, das ist halt... Guckt ihn euch an. Guckt ihn euch an. Es ist halt, äh, der Toro ist halt, äh, wenn er Bock drauf hat, ein bisschen Gewalt einzubringen, dann ist das auch immer sehr, sehr fies. Also es ist schon ganz geil. Ja, ich hatte dann auch mal geguckt, die, ähm, FSK-Freigabe haben wir inzwischen auch und ich glaub, die war relativ hoch. Ich glaub, der war ab 16. Ja. Ne? Ne? Und drunter auf gar keinen Fall. Ja, genau, 16 auf jeden Fall. Und, ähm, das ist schon angebracht, ja. Das ist schon echt angebracht. Ähm, einen letzten Punkt hab ich mir hier noch notiert, ähm, der, ähm, vielleicht so ein bisschen noch so zum Nachdenken anregt, und zwar die Frage, wer ist hier in dem Film eigentlich das Monster? Das, ähm, das kann man natürlich auch diskutieren, äh, wer ist, äh, ist es eben das, das als offensichtlich erkennbare Monster, das Monster? Oder ist es eben vielleicht doch jemand anders, und, ähm, wir haben ja schon gesagt, dass der Shannon den Antagonisten spielt, und, ähm, ja, also ich find, bei ihm ist halt so, äh, dieser, dieser, der ist halt ganz schön böse, ja. Das hatten wir vorhin schon kurz angerissen, und, ähm, ja, ich frag mich halt, was definiert hier so das Monster? Also, was ist im Film, wer ist das, das Monster? Und, äh, ja, ich bin mir da nicht so, also, klar, ist die Antwort klar, aber ist, ist er nicht irgendwie auch ein Stück weit so Teil, Teil einer Welt, in der halt auch Zwängen ausgesetzt ist, und dann eben auch, ähm, so handeln muss, wie er handelt, ja, also hat er überhaupt eine Chance, anders zu handeln. Das meinte ich ja, das hatte ich ja am Anfang kurz angesprochen, das ist halt genau das ist, dass du halt mit dem, äh, Wissenschaftler einen hast, der in eine ähnliche Situation gerät, wie, äh, Strictland, sich aber, ähm, sich aber, ich sag mal, moralisch richtig verhält, und dementsprechend auch, ähm, ja, er erfährt keine, er wird jetzt nicht unbedingt positiv, äh, aus dem Film geschrieben, aber man, man hat einfach ein besseres Gefühl bei dieser Figur als halt bei Strictland, und Strictland, es wird halt sehr, sehr klar, der ist ein Opfer seiner Umstände, aber, ähm, er hatte immer die Wahl, und das ist es nämlich, dass, ähm, dass er nun mal die Wahl tritt, okay, ich, äh, schalte jetzt hier meinen, meinen moralischen Kompass, meine Menschlichkeit aus, und, äh, werde zu einer funktionierenden Maschine, und ist dadurch so viel weniger menschlich, als halt unser, unser Wasserwesen. Hm, ja, eher ein Menschlicht auch zusehends im Film. Ja, der wird immer biestiger. Wirklich krass, also, ähm, mich hat das natürlich, ich mag, ich meine, es liegt am Schauspieler, aber mich hat es natürlich ein Stück weit eben auch an seine Performance in Man of Steel erinnert, wo er den, ähm, den Sot ja eben auch gibt, also, den, den bösen, bösen Typ, das kann er schon echt gut, und sticht für mich ja wirklich, also, heraus aus dem Film, positiv heraus. Ähm, jo, dann, äh, haben wir jetzt natürlich noch die, die Oscars, da bin ich gespannt, was er alles abkriegt an, 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 preisen, und ob er sich da, ähm, gegen die Konkurrenz durchsetzen kann. Okay, also, ich denke mal, dass er ein oder zwei Preise so, äh, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was bei Produktdesign und so noch nominiert ist, aber ich, ich würde es dem Soundtrack einfach gönnen, weil der ist wirklich toll. Ähm, ja, schauen wir mal. Bin gespannt. Ich weiß gar nicht so, wie du zu so Punktebewertungen stehst, aber wir versuchen am Ende immer so einen Richtwert zu geben, ähm, machen da irgendwas so zwischen 0 und 5 Punkten im Regelfall. Wenn du jetzt aus dem Bauch aus schießen müsstest, was, wie viele Punkte würdest du vergeben? Äh, viereinhalb, weil er ist an ein, zwei Stellen ein bisschen zu lang und, ähm, er, äh, um wieder zu den blöden Wasserwitzen zu kommen, manchmal plätschert er schon so ein bisschen vor sich hin. Ähm, also, er hätte ruhig manchen Stellen strafferes Pacing, äh, gebrauchen können, aber ansonsten, ich bin aber auch einfach Del Toro Fan. Also, das ist schon, äh, es ist genau das, was ich sehen wollte. Und das bedient er nun mal und ist das halt geil. Genau so sieht's auch aus. Ich bin auch irgendwo zwischen 4 und 5 Punkten, also viereinhalb, finde den Film großartig. Ähm, denke jetzt persönlich nicht, dass er, äh, beim besten Film ernsthaft, ähm, eine Chance gegen seine Mitkonkurrenten hat, was nichts daran ändert, dass es ein ganz, ganz toller Film ist, der eben aber auch die, ähm, aus meiner Sicht vielleicht einen Twist hätte, äh, oder zumindest einen größeren Twist hätte, äh, äh, gebrauchen können, ähm, da wie gesagt generell relativ gradlinig erzählt wird. Ähm, Matze, vielen Dank für deine Zeit heute. Ähm, ich, äh, wünsche dir wahnsinnig viel Erfolg noch und hoffe auch, dass, ähm, unsere Zuhörer bei dir mal reinschauen, wenn sie Bock auf ein paar fluffige und gute Filmkritiken haben. Ja, sehr, sehr gerne. Dank dir, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Applaus Äh Applaus 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 .